hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier bei holy lol heute möchte ich euch gerne zum zweiten teil des videos begrüßen alle tor explosion einmal hintereinander weg und ohne gequatsche falls euch am ende dieses video gefallen hat lasst mir doch einen daumen nach oben da einen netten kommentar und ganz ganz wichtig ein abo um kein weiteres video mehr von mir zu verpassen so jetzt möchte ich euch wieder alleine lassen mit etwas musik und den restlichen tor explosion die wir gestern in dem gestrigen video noch nicht geschafft haben denn jetzt kommt teil zwei mit den restlichen tor explosion viel spaß und und Musik 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 So, das waren jetzt alle Torexplosionen, die es im Spiel gab und gibt. Aktuell bis zum Erscheinen des Videos. Natürlich werden noch weitere Folgen irgendwann, dann ist dieses Video natürlich nicht mehr aktuell. Aber bis zum Erscheinungsdatum dieses Videos waren das jetzt alle. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Natürlich, ganz zum Ende möchte ich natürlich auch noch sagen, selbstverständlich habe ich für dieses Video Backes Mod benutzt. So, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und natürlich ein Abo, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Schönen Tag noch. Tschau.